Komm, jetzt rüstet ihr nicht die blöden Soldaten auf, es gibt so gar nicht. Jetzt machen wir hier die Goldmünzen aus. Das hat hier gerade eh keinen Wert. Und bitte Münzen zu den Türmen, die da unten sind. Oh, nee, schon wieder, wo, 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 wo? Da oben. Das war meine Befürchtung. Oh man, da kriege ich jetzt ganz schön auf den Frack erstmal. Ich muss ja erstmal abwarten, bis ich mich da wieder... Müssen wir erstmal kurz ein bisschen abwarten. Dass wir mal hier uns wieder sammeln können und erstmal die Soldaten ein bisschen auffrüchten. Müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir hier ganz gut verstärkt sind. Wir werden angegriffen. Hm, das wundert mich jetzt mal nicht. Ja, wir kriegen auch Mods mäßig auf den Frack, selbst meine generelle Lusen da mega ab. Ja, das ist Wahnsinn. Also wir werden jetzt mal hier eine Ladung Katapulte bauen. Falls die da in der Nähe kommen, die werden dort hinkommen. Ich bin mir ziemlich sicher. Einen Angriff habe ich abgewehrt. Na, nicht schlecht. Nur wird mir jetzt langsam der Soldaten-Nachschub ausgehen. Na. 149 Esel, wo habe ich denn die Eselszucht? Ja. Pausieren. Getreide mal auslagern. Das ist gerade ein bisschen zu gefährlich dort an der Stelle. Nachdem wir jetzt schon wieder angegriffen haben. Mann, Mann, Mann. Zack, platt gemacht. Ja, wenn ich es da abgewählt habe. Gut. 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 Oh, schon wieder der. Okay. Ich kann es jetzt gerade noch nicht so ganz aufhalten. Ich wehre zwar jetzt einiges ab, aber... So richtig der große Knaller ist das noch nicht so richtig der große Knaller ist das noch nicht. Noch habe ich Soldaten im Paar. Hey, was soll ich an, was das noch nicht so richtig das? Doch. Okay. Okay. Wie soll ich noch was? Ich werde das noch nicht so richtig machen. Sehr gut, also dann hat der halt auch noch eine. So, da ist noch voll und da ist noch... Das heißt, da könnte man die Goldmünzen auch verwenden. Eieiei, der hat immer noch wehchen. Und jetzt fängt er noch an, mit Katapulten zu schießen. Nee. Ich glaube, das greife ich mal kurz hier an. Hm, einfach so. Kann ja mal angreifen, ne? Solange die da kämpfen, da sind ja nicht zu viele drin sitzen. Wobei, der hat natürlich hier schon... Hm. Ah, wobei, eine Festung nur, ne? Vielleicht habe ich ja Glück. Okay. Habe ich Glück? Hm, eher nicht. Oh. Hm. Na gut. Den Turm habe ich verloren. Ach so, ist das hier. Ist nicht angeschlossen. Deswegen geht es ja nicht weiter. So, wie sieht es mit meinen Katapulten aus? Wo sind die beladen? Noch nicht. Ich hoffe ja, dass ich das davor aufhalten kann, bevor die dort sind. Aber wer weiß, das ist schon sicher. Sicher. Oh, nee. Komm, mach den Blatt. Gib's ihm. Gib's ihm. Jawohl. Ah, das geht bei ihm auch bergab. Sehr gut. Bei dem geht es gerade genauso bergab, wie es bei meinen Bergwerken gerade bergab geht. Was haben wir denn da noch in Vorräten, sag ich mal. Können wir denn noch was? Hier. Geht noch ein Eisenbergwerk. Da gehen noch. Da kann man auch Soldaten aufwürsten. Können wir hier auch noch, ja. Hier lohnt sich's eigentlich quasi nicht. Okay. Soldat durch Katapult getroffen, ist schon klar. Und sie greifen wieder an. Ah, ich würde sagen, für diese Aufnahmesession. Ist das dann der letzte Angriff des Gegners. Danach machen wir mal eine kurze Pause. Und gucken wir mal, wie es dann demnächst weitergeht. Ob wir dann hier noch ablosen werden. Oder ob wir das wieder in den Griff bekommen. Ich hoffe ja mal, dass wir das in den Griff bekommen. Wobei, ich schätze mal, dass wir das... Dass wir die Festung verlieren werden. Jawohl. Und dann dabei auch noch. Wir geben die Festung hier auf, diese Baustelle. So, in dem Sinne machen wir mal an dieser Stelle einen kurzen Schnitt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.